Hallo, herzlich willkommen zum Sensi Club Unboxing und es geht los. Und zwar zum halben Preis habe ich mir Fiji Flower, den Wäscheduft, ausgesucht. Ich liebe den total, so ein frischer Wäscheduft mit blumigem Aroma. Es ist einfach mega, so, so toll. Ich liebe den. Ich habe so viele jetzt daheim, ich muss da echt mal den Duft wechseln, aber der ist einfach so toll. Kann ich auch wieder Proben machen. Ja, und ich liebe meinen Sensi Club, weil man sich die Düfte sichern kann. Also da bin ich immer ganz stolz. Das sind meine Düfte, die weiter für mich produziert werden. Hier Green Tea and Jasmin. Ein so angenehmer Duft. Also, ach, wenn ich da schon rieche, ich liebe den. Der ist einfach angenehm, frisch. Der ist perfekt, wenn Besuch kommt. Also einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Dann natürlich Grapefruit Orange. Richtig toller, spritziger, gute Laune Duft. Also wenn man das dann wieder riecht, richtig saftige Grapefruit Orange. Also saftig. Da kriegt man nur gute Laune. Dann den Sparkling Yellow. Den hatte ich letztens erst im Bad hinten drinnen. Genau, da zeige ich dann noch hintere, weil ich dann so begeistert war. Und ich habe den doch noch im Sensi Club gesichert. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich dachte, so ein geiler, zitrischer Duft. Der ist echt mega. Dann haben wir noch den Kukumba in Kaktuswater. Das ist halt ein richtig schöner, frischer, grüner Pflanzenöko-gesunder Duft, wie ich immer sage. Ihr wisst, was ich meine. Wirklich ein frischer Duft, ohne viel Schnickschnack. Richtig, richtig toll. Dann haben wir hier noch Mango Matcha. Ich liebe Mango Matcha. Da ist ja schon mal gute Laune. Also richtig tropischer Duft. Sommer. Also ihr merkt, ich bin voll der Frühlingssommertyp. Leckere, saftige Mango. Also so richtig im Tropenparadies. Dann geht es hier weiter mit dem Winters Eve. Das war einer von den Brick-Kollektionen. Den hat damals, die große Brick-Packung hat meine Mama mitgenommen. Die fand den Duft auch so toll. Das ist ein schöner, hölzerner Duft. Meine Mama mag eher was Hölzernes. Aber das war so ein schöner, leicht hölzerner, gemütlicher, angenehmer Duft. Ich fand, der hat auch richtig gut gehalten. Da habe ich gedacht, boah, den muss ich mir sichern für den Winter. Genau, dann haben wir hier noch Vitamin E Inhale. Weil ein Bergspaziergangsduft schlechthin. Also ich liebe den. Also im Saisi-Club habe ich nur eine Dürfte, die mir einfach gefallen. Ein richtig schöner Bergspaziergang mit der Blumenwiese, die frische Luft, der ist einfach Hammer. Hier kommt Rockinrubi Ratz, mein Rubbeli Katzduft, wo ich es damals nicht habe aussprechen können. Jetzt, wenn ich es wieder rieche, habe ich gedacht, boah, den muss ich mir jetzt endlich in die Lampe reinlegen. Der ist so geil, frisch und fruchtig. Und habe ich gedacht, das ist ein besonderer Duft. Also den liebe ich, den lege ich mir extra auf die Seite. Den muss ich in die Lampe das nächste Mal beim Wachswechsel reintun. Also echt mega. Hier haben wir noch den Peter Pan Duft. Den schönen gelben Duft. Richtig frisch. Der hat was leicht Spritziges, was Angenehmes. Also ich habe immer so eine ähnliche Duftrichtung. Und den wollte ich mir auch sichern. Und ich habe hier die Duftlampe dazu. Der ist einfach richtig, richtig schön. Und dann haben wir hier noch den Frosted Peters. Und ich denke, ja, jetzt habe ich ja genau die richtige Packung von dem Brick dabei. Den fand ich damals ganz außergewöhnlich. Sehr, sehr blumig. Ich fand den auch sehr intensiv, dass der lange kalten hat. Und der hat einfach so viele Facetten. Was ganz anderes, was ich sonst habe. Und irgendwie hat der was. Man kann das nicht erklären und beschreiben. Aber ich finde es geil, dass ich den einfach nur weiterhin kriege. Der musste einfach mit drinnen bleiben. Dann ist hier Mediterranean Spa. Oh, ich lieb den so. Weil das ist unser Flitterwochenduft. Wellness, Sauna, Massage. Es ist in so einem Fünf-Sterne-Luxushotel, wo wir gekommen sind. Und da hat es einfach so richtig genau danach gekrochen. Richtig frisch. Wie wenn du in so einen Massageraum gehst. In einem Hammam und wie das heißt. Whirlpool. Spa-Bereich. So richtig schöner. Einfach Wellness abschalten für die Seele. Hier ist dann noch Palm Trees and Ocean Breeze. Den liebe ich ja auch. Ihr kennt den Green Tea and Jasmin. Und Palm Trees and Ocean Breeze. Das sind beides richtig schön. Der ist noch die frischere Variante. Ein ganz, ganz toller, frischer Duft. Ich glaube, so ganz zart hat er Melonen nur mit dabei. Das nicht zu langweilig ist. Aber ich brauche so einen Duft auch immer zum Neutralisieren. Fürs Bad sowieso. Und auch für alles. Ich bin immer voll happy. Ich habe meine Düfte weiterhin. Ich kriege die immer weiter. Auch wenn es dich so gar nicht mehr zum Kaufen gibt. Und ich habe sie. Also ich liebe den Sensi Club. Ab 42 Euro gibt es 10% Rabatt. Ab 85 Euro einen halben Preis. Und wann was tut ein Sensi Club?